Hallo und Willkommen zu Minecraft Minecraft, 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 Minecraft Ich habe ein Eisenschild von dir noch Das will ich nicht Bin ich nicht Ja, es sind Menschen mit dabei Warum habe ich Weizen nicht nachgepflanzt? Du bist ein Lupus Und es ist niemand dabei, wie du an meinem Namen lesen kannst Du bist einer der wenigen Menschen, die StarCraft 2 haben Deswegen nehme ich StarCraft jetzt wahrscheinlich Fast nur noch mit ihm auf Weil ich kaum welche kenne, die StarCraft haben Ja, ich nehme kein StarCraft auf Sonst Das ist ja das Problem Ich mach mal die ganze Schafe wieder Ich kick die Bro-Wolle Die bekommen wir alle Sie gehört uns allen Ja, ich kann damit was anfangen Ich mach dann schönen Boden Für uns Wenn ihr damit nur so Müll macht Teppich Ihr könnt mit Wolle nicht umgehen Da brennen sie Okay, ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit Und Geld Und Mühe Und Lust Deswegen baue ich jetzt eine Kirche Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet Ja, weil Ich habe genug Wir hatten den Steinen gefarmt Wir hatten den Steinen schon vorher Ja, komm, hast du aber trotzdem noch was von mir genommen Ja, natürlich Ich habe es nur in die Kiste getan Ja, auf jeden Fall wollte ich Dachte ich mir so Ja, komm Ich hasste doch genug Folgen Und so muss die Leute nicht mit irgendwelchen Strip-Mining-Geschichten oder sowas stören Strip-Mining-Strippen Oh Ja, deswegen Gibt es jetzt erstmal kein Strip Gab es jetzt erstmal kein Strip-Mining Ist auch schon ein bisschen was passiert in der Welt So Ja, mein Brustpanzer ist tot Ist das so traurig? Ja Brustpanzer Brustli Äh Slash Warp Ich nenne Hier ist ein Skelett an unserem Haus Achso, ne Okay, ähm Ja, das Dann töt es Hab ich schon Z Warp Kirch Slash Warp Z Kirch Hier Hä? Ey, guck mal Weißt, was komisch ist? Das hatte heute erst schon einer die Schafe geschert, ne? Aber nirgendwo ist die Wolle davon Und der hat nur so ein paar rote Teile gemacht Hat nur hier die paar Teppiche hingemacht Wo kann der Rest der Wolle sein? In seinem Inventar? Mhm Egal dann Zum Thema teilen, ne? Zum Thema teilen Der hat es einfach im Inventar gelassen und nicht in die Kiste gelegt Don't flame jetzt hier Machst jetzt auch nicht mehr Hahaha Doch, das wirst du tun Woher? Wo brauchst du denn bitte die Kirsche hin? Hier hinten? Aber ich kann hier keinen Bohrpunkt machen Aber ich kann auch ein Home eigentlich, oder? Was habe ich denn für Homes? Slash Home Mich schickt aus dem Berg schon mal angefallen Strip Mining Strip Mining Ich hab ein Home Slash Dell Home Strip Mining Slash Set Home Kirche Slash Warum schreibt mir mal Heum Home Home So Au Und was hab ich geschlagen? Aber es ist jetzt so wurscht Der CP sich einfach in der Sekunde weg, wo ich ihn killen sollte Achso Ich komm von hinten her und teleportiert sich Mal leise wie ein Ninja und er jetzt kommt weg Kirchen? Warum hab ich das Kirchen genannt? Egal Weil du ein Krüppel bist Wollte einfach weg Deswegen Es lag nicht an dir Okay, es lag schon an dir Du bist scheiße, aber sonst Du wusstest gar nicht, dass ich hinter dir bin Doch, doch Ich bin Ich bin Dings Noch mehr Ich bin Doktor Allwissend Wo ist das Allwissend denn? Schon Nein Doktor Allwissend Ihr wusstet das jetzt alle nicht Das ist jetzt bestimmt ein Schock für euch Aber ich bin Doktor Allwissend Ey, habt ihr Eimer? Nein Haben wir nicht Nein Lüge Dann mach ich mir jetzt welche Mach doch Gut, aber das ist nicht mal ein Eisen, das ich benutzen werde Du hast nicht Du hast kein Eisen Wir haben Eisen Nix Wir Ich Nope Tut mir sorry, aber Nein Wollen wir wetten doch Es ist kategorisch nicht ein Eisen Weil wir teilen Ey, jetzt ist es sicher Ich habe es nicht gleich schon wieder fertig alle Ja Das ist doch super Aber wir teilen nur ein bisschen Weil sonst ist das Scheiße Eben eine Scheiße Und wenn du nicht teilst Wirst du einfach gebannt Und ich habe keine Idee Ja Yeah Hm So blöd macht man was Alles wieder ins Wasser rein So, ähm Jetzt habe ich auch zu viele Dings mit Und Holz Was will ich mit Holz so Warum habt ihr eigentlich rote Schafe, man? Blau sieht am besten aus Man darf nicht nur eine Farbe haben Warum haue ich jetzt hier alles in dieselbe Kiste Und du hast einen Enderman angeguckt Und du hast einen Enderman angeguckt Du Arsch Ja, und? Ich weiß, dass er hier rumläuft Nehmen wir ihn Mein Schwert Der steht direkt vor mir Echt? Ja Ja Ich habe ihn angezündet Er kommt nicht wieder Ähm Der teleportiert sich als ihr hin und her geteilt Ja, deswegen kommt er auch nicht wieder Weil er brennt Er brennt jetzt die ganze Zeit Oder was würdest du mir sagen? Nö, aber der kommt nicht Normalerweise kommt er nicht wieder, wenn er brennt So, wenn ich die letzten Diamanten, die wir haben Was soll denn hier Was soll denn eigentlich dieser blöde Pilz? Welcher blöde Pilz? Ja, außerhalb des Hauses Dieser fette, fette Pilz Der ist geil Ist scheiße, man Dafür müsste ich dich jetzt gerade töten Das weißt du, ne? Das ist ein Pilz Mann Ein Koppelpilz mein ich Das wird, also ja Auf jeden Fall eine Kirche Eine Kirche wird Kirche ist nämlich cool Und äh Sieht gut aus Bisschen weiter weg vom Haus Nicht direkt daneben Weil Alles direkt daneben wäre scheiße Dann würde sie aber keiner beachten, wenn sie so weit weg ist Sie ist ja nicht so weit weg Sie ist ja nur ein bisschen Nur ein bisschen weiter weg Bisschen zu weit wie man heran Habe ich kein Ding Oh Das wird ja eh eine Stadt So eine kleine So jetzt die beste Nachricht der Welt Vielleicht wird es bald dazu kommen Wenn dieser Typ nicht mehr so geizig ist Dass ihr vielleicht alle mitspielen könnt Was laberst du? Du hast gerade so hart genuschelt Das weißt du, ne? Gerade mit Absicht Ich wollte gucken, ob sie YouTuber herausfinden Was ich gesagt habe Vielleicht wenn du nicht mehr so geizig bist Und ein paar Messerz rein machst Können vielleicht auch bald ein paar Abos von dir mitspielen Ich habe sowieso gefragt, dass Abos Ob Abos mitspielen wollen Die werden nämlich dann auch mitspielen können Wahrscheinlich Und ich habe noch nicht meine neue Maus eingeschlossen Bei der Logitech G700S Die ich für 50 Euro gekauft habe Bitches Die kostet sonst 100 So geil Hier guck ich sag du auch Geiz Heizkragen Weil ich was billiger kaufe Ja Es ist voll geizig Weil ich weniger Geld Ich bin Geldgeil Weißt du, wisst ihr, ich bin Geldgeil Weil jeder der Geld haben will Oder weniger ausgeben will Für ein Produkt ist Geldgeil und geizig Und Scheiße Natürlich Ich weiß nicht wie viel Platz ich brauche für die Kirche Die soll ja recht groß werden doch Schwierig Machen wir erstmal so von hier Ich hätte doch ein bisschen Erde mitnehmen sollen Fuck Vielleicht reicht die Erde zum Abstecken Und ich brauche mehr Wasser Du ertrinkst im Wasser? Nein, ich brauche mehr Wasser Dann hol dir mehr Wasser Wir haben einen unendlichen Brunnen übrigens Oh Ja, ich brauche gerade meine eigene Keinen Bock als zu laufen Ja, ist ja okay Was brauchst du jetzt überhaupt da unten? Wenn das eine Farm ist, reiße ich sie ab, das weißt du, ne? Ja, dann viel Spaß wir abreißen Mit WorldEdit Ja, dann mach doch Nicht mit WorldEdit, ich reiß die Manuel Ich will die Items Oh, many Items Leute, hier schwebt eine Fackel rum Moment Du brauchst keine Farm neben einer anderen Farm Wo ist denn hier wieder eine andere Farm? Neben einer zukünftigen anderen Farm Lass ein bisschen zusammenbaden Werpool Nein, nein, nein Aua, ich bin fast tot Machstest du Nein Ob du wehst du nicht immer, wenn ich dich killen will Du kriegst mich eh nicht tot Ich hab's eben geschafft Und du hast dich zuerst angegriffen Ja, ja Weil du schlecht bist im Pit Ich hab dich nicht zuerst angegriffen Und außerdem hab ich dich auf dem Nahkampf mit einem Bogen angegriffen Und du hattest ein Schwert Und du hast dein Schwert dann am Ende rausgeholt Und ich hab schon gebrannt Und ich hab nicht echt eine Rüstung Nein, du hast mehr Rüstung als ich Ich hab nur, ich hab keinen Brustpanzer Und du hast Diamant, sagst du doch Diamant so viel besser Ja, ist es auch, aber ich hab keinen Brustpanzer Und eine volle Eisenrüstung ist besser als Eine Diamantrüstung ohne Brustpanzer Auch wenn sie hart Enchanted ist Hust, hust Das ist leider so Da kann auch niemand was dran ändern Das ist die Realität Cre Genosse Genosse Machst du jetzt einen auf Spanier? Genosse Genosse, ja ich äh Espanol Es hat sich voll angehört Als hättest du ein spanisches Wort gesagt Deswegen Espanolo Espanolo, ja Espanolo Yolo-Runde und so Du kannst darunter gerne ein Labyrinth bauen Das find ich cool Bau mal ein Labyrinth Und du deine Kirche Lass mich machen was ich will Nein, du darfst machen was du willst Nur keine Farm Die werde ich dann mit eigenen Händen Erhobenen Hauptes abreißen Ja, ich Solange wie ich dann vielleicht für die brauchen werde Wirst du sie Wirst du doppelt so lang brauchen Um sie wieder abzureißen Wurzel du nimmst TNT und dann ist dein Haus ebenfalls am Arsch Ich nehme glaube ich TNT Okay, dann könnt ihr die Welt neu anfangen Wurzel du hast Backups Warum sollte ich die, warum so groß wird die Farm nicht Oh, doch Du hast sie noch nicht gesehen wie groß sie wird Jetzt empfiehlt er sich erstmal eine Hunde zu mir Darf ich schon mal Heil sagen Ich bin grad am Abbau und ich gebe mich jetzt nichts für dir Ja Ich habe schon keine Erde mehr Ey lol Gib mir mal mehr Erde Du kriegst keine Erde Hast du gerade Erde von mir genommen? Ich habe meine eigene Aber ich habe irgendwie nicht so viel gefarmt Wie ich erhofft hatte Dafür kannst du auch deine eigene Erde nehmen Normalerweise teilen wir aber nein Für so einen Scheiß kannst du deine eigene Erde nehmen Ja okay Sowas ist nämlich voll asozial Ja dann dürft ihr alle auch nicht meine Farben nehmen Doch natürlich Wir werden sie benutzen Nö Dann save ich sie einfach Dann save ich jeden einzelnen Samen Sicher Du kannst hier nicht saveen Aber sonst Außerdem Wir sind Admins Als Admin kann man Weißt du Auch wenn du Selbst wenn du was saveen würdest Würde dir das nichts bringen Weil wegen Admin Privatsphäre Privatsphäre Adminrechte Adminrechte Ftw Sind Rechte von Admins So jetzt muss ich mir erstmal Erde fahren gehen Fuck Jetzt ist es schon wieder Nacht Aber ich arbeite durch Die ganze Nacht lang Jetzt kommt ein Enderman und quält dich Okay ich arbeite doch nicht Ein Enderman tötet mich nicht Wenn Creeper Macht alles Schrott Aber es sind echt gerade zu viele Creeper unterwegs Ich glaube ich geh doch wieder home Kommst du mit schlafen? Nö T-O Achso Mach doch einfach Set Time Video Achso Du bist überirdisch What? Auch Erde Und zwar ganz viel Ja das ist ganz gut Farmen den ganzen Berg am besten weg Mich auch Werd ich wahrscheinlich sogar fast müssen Scheiße Perfekt Und den Stein kannst du dann auch gleich wegfarmen Ne den brauch ich nicht Den kannst du dann machen Das sieht dann cooler aus Mit dem Stein nur Den Stein können wir lassen Der sieht cool aus Ja aber da kommt eine Farm hin Ja dann bau doch selber eine Dann helfe mal mit Wenn du hier eine haben willst Ich bau eine Kirche Dann bin ich begraben Die Farm ist viel wichtiger für unser Überleben Die Kirche braucht kein Mensch Wir haben Wir haben Wir haben unsere Farm Die wir haben ist groß genug um zu überleben Das weißt du ne Die die hier da stehen haben Ne das reicht ein Leben um Futtervorrat für mich zu haben Natürlich Weißt wie viele 64er Stacks Ofenkartoffeln wir haben Ich hab gesehen das ist nicht viel Reicht nicht für mich Nein Nein Kartoffeln esse ich selber Den Rest müsste ich doch auch noch verpflegen oder nicht Du isst keine 6 64er Stacks Ofenkartoffeln Und wir haben noch ich glaube 3 64er Stacks Kartoffeln Wenn mein Schraufel kaputt ist lasse ich das erstmal dann sonst Ich hoffe ich jetzt auch mal fertig sein Für den Farming So XP mitnehmen Und weiter geht's Ich hoffe mal die Fläche ist groß genug Aber ich denke mal Ich glaube ich hab grad ein bisschen zu viel Erde abgefarmt Der Berg ist schon wieder fast weg Guck mal an wie viel ich weggemacht hab Also mich stört's nicht Kannst gerne den ganzen Berg abfarmen Ja dann geht mir ein paar Eisenstaub schaufeln Ich hab zwei Stacks Äh nein Oder nicht Du kannst dir selber welche machen Nö Ich nehm dir Diamantshacke Für Erde Ja Hm Sicherlich Geht nicht kaputt Die geht kaputt Ne nur wenn du sie mit Rechtsstick benutzt Krüppel Bist du behindert oder so? Nö Ist leider so Wenn du sie mit Rechtsstick benutzt Wirklich? Ja nur dann geht sie kaputt Mit Diamantschaufel Äh ne Diamantschaufel Äh ne Diamantschaufel Spitzhacke Nein Hacke Die geht kaputt Nur wenn du Rechtsklick benutzt Probier's aus Rechtsklick Ja mit Rechtsklick Damit machst du dann die Erde so komisch Dass der Mann drauf pflanzen kann Achso du meinst ne Hoe Boah sag doch ne Hoe Ist Diamantshacke du Honk Niemand sagt Diamantshacke Ja natürlich nur wenn man sie mit Rechtsklick benutzt Sonst geht's nicht kaputt Und die ist etwa so gut wie eine Steinschaufel Wirklich? Ja Von der Geschwindigkeit her Oh Gott Dass wir überhaupt ne Diamant Hoe haben Ja sogar zwei Was? Nein einer ist Eisen Echt? Sieht aber aus wie Diamant irgendwie Tja Keine Ahnung warum habt ihr eigentlich ein Diamant gemacht? Eine Steine reicht vollkommen aus Ich weiß aber Das war sozusagen Gronkh hat sich ja auch eine gemacht Und das war das Unnötigste was wo geht Und deswegen haben wir uns auch eine gemacht Du wisst schon das sind zwei Diamanten Die ihr einfach verschwendet habt Ich weiß Das haben wir so in Richtung für So als Tribut zu ihm Weil es einfach nur scheiße ist von ihm gewesen So habt ihr jetzt drei Sticks Erde weggemacht Das ist nicht viel Und Soviel hast du auch grad mal Wenn wir jetzt hochkommen weggemacht Und ich wollte es ja eigentlich auch nicht War jetzt leider weniger gezwungen Eine Maßnahme War aber nett dass du es gemacht hast Ich wollte es nicht freiwillig machen Soviel steht fest Doch hast du gemacht Ich finde es echt nett dass du uns freiwillig Dass du mir freiwillig hilfst Ja vor allem dir Deswegen habe ich gesagt mir Ich lass erstmal Obwohl ich brauche nicht ganz So Ich hoffe mal ich habe genug Erde mitgenommen Aber ich denke das war ich Das sind paar 64er Stacks Dieser Berg den ich abgefarmt habe Das war echt nützlich Weil jetzt können wir hier alles voller Erde hauen Und ich müsste eigentlich meinen Grasblock mitnehmen Und dann mit dem Grasblock Dings machen Hier alles mit normalem Gras Nicht mit diesem hässlichen Sumpfgras Achso wir brauchen Ich brauche weiß und schwarze Wolle Ich habe schon eine Vorstellung wie die Kirche aussehen soll Hast du Hast du Nein ich brauche Ich habe eine blaue Wolle Dann macht man nochmal schwarze Wolle Schwarze muss man suchen Du musst die schwarze Äh Du musst die Schafe färben Ja aber das Ich weiß nicht wie man die schwarz macht Haben wir weiße Schafe noch? Nein ich habe nur noch gefärbte Boah warum ist Maxi so ein Spaten Was färbt der alle Schafe? Kannst du bitte ein Schaf weiß färben? Äh mach du es Wie geht das? Weiß ich selber nicht deswegen ja Du bist hier der Du bist doch hier der Experte für Wie ne Kraft Ich könnte meinen Ordner rausholen Da ist alles angezeigt wie man was macht Ja das tust du jetzt Ah Dafür darf ich meine Unterirdische Farben bauen Ihr müsst sie ja nicht benutzen Jaja mach Na gut warte Ich muss jetzt erstmal suchen wo das Teil war Ich hätte sie eh nicht abgerissen Ich bin da eh viel zu hause Wir benutzen sie dann auch Entweder es kann auch sein dass wir Die mit der Oberirdischen einfach verbinden Oder sowas Ich überleg mir da noch was für Hab schon gefunden War das mit Bonemeal? Hä? War das mit Bonemeal? Scharfe weiß färben Ich glaube ja Ich glaube das war mit ähm Ja Knochenmehl halt Kannst du ja mal Wär ganz nett Wir haben Knochen irgendwo im Inventar Ich hab noch welche Ich hab eben erst welche Eingekriegt Kannst du mal so vier, fünf scharfe weiß färben Oder so Kannst drei machen Drei meinetwegen Nur wie ich einfach noch Skizzen von früher habe Kannst du diese Kannst du ein bisschen Weizen aus der Weizenkiste nehmen Also aus der Kiste nehmen Ich hätte sogar ein Diagramm Das habe ich mir mal früher gemacht Ja Langeweile hat gelebt Da habe ich mir ein Diagramm gemacht Ich merke Wie man eine große Farm macht mit zwei Ähm Dingen Zwei Lagern Zwei große Lagern Okay Ja Langeweile hat gelebt Ich merke Na gut Da war ich aber noch Da war ich aber noch klein Das ist jetzt schon mittlerweile Ich glaube vier, fünf Jahre her So lange gibt es Minecraft nicht mehr Oh doch Dann hast du echt keine Ahnung Nein Die Alpha hat 2011 Ist glaube ich Alpha 1.0 gestartet Alpha 1.0 Da gab es nicht mehr Redstone Von daher Dann war das Frühestens Dann war das Nee warte Ich glaube Alpha 1.0 Ist vielleicht sogar noch ein bisschen früher So 2010 oder so gestartet Kann sein Aber Redstone gab es erst so 2011 Soweit ich weiß Von daher Kann das nicht vor vier, fünf Jahren gewesen sein So Weiße Wolle machst du Färb die Schafe am besten Nicht die Wolle Ja Was Achso Inventory Tweaks hat jetzt scheiße gebaut Ich dachte jetzt komplett Ey wie geil Der zeigt dir nicht an wie du weiße Wolle machst Aber ich kann dir sagen wie du schwarze machst Du brauchst von Tintenfisch Ach diese Tintensäcke Kannst du ein paar Schafe schwarz färben Ein paar Schafe weiß färben Wäre dir selbst Weiß kann man nicht färben Weiß kannst du sie nicht zurück machen Nicht Nö kannst du sie nur umfärben Wenn ich mehr weiß machen Dann mach mal ein paar schwarze Schafe Schwarze Schafe Ja Ich hoffe trotz Ja ja ich muss kurz die Folge beenden Nämlich hoffe ich diese Folge Hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Wenn ihr sehen wollt Wie die Kirche Weiter geht Dann Guckt einfach die nächsten Folgen Abonniert ihn nicht Abonniert mich Nein nein Also ihn Ne Du hast ja gar keinen Kanal Alle mit denen ich zocke Haben immer Kanäle Deswegen äh Nö nö Ich hatte es einfach für ihrs vorgemacht Aber Die sollte keiner sehen sagst du Nö Hatten schon ein paar gute Aufrufe 100 Aufrufe Ne ich mein Die waren scheiße wahrscheinlich Oder nicht Ich hatte wenig Dissabos Dissabos Wenn du keine Abos hast kannst du auch keine Dissabos Ja Nein Ähm Ne egal Also ich hoffe diese Folge hat euch gefallen Wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal